Dominik hier, moin. Ich habe ja schon viele USB-C Multi-Adapter getestet, habe mittlerweile auch das sehr preisintensive Original von Apple und heute die Ligavo USB-C Multi-Adapter nach über einem Monat intensiven Test im Review gleich bei mir nach dem Intro. Also, zuallererst das MacBook Retina 2016 einmal ganz kurz weg und wir schauen uns von Ligavo die USB-C Multi-Adapter einmal von Nahem an. Ich habe hier zwei Stück. Einmal das direkte Pendant zu dem Original von Apple und zwar einmal mit USB-C Anschluss, also zum Laden des Gerätes, dann mit HDMI, was 4K fähig ist und einem USB-3 Anschluss. Wenn wir das direkt vergleichen, ist es etwas kleiner als das von Apple von der Länge her. Dafür ist das Kabellänge. Es besteht aus Kunststoff und das Kabel ist ja ähnlich dick und bei mir jetzt schon einiges im Gebrauch gewesen, um das intensiv zu testen. Zum Zweiten aus ebenfalls Kunststoff einmal gleich lang etwa das Kabel, ebenfalls mit USB-C in zum Laden, zwei USB-3 Anschlüssen und Micro SD und SD bzw. MMC, sofern man es noch braucht, Kartenleser. Fangen wir aber erst mal mit dem Pendant zu dem Original von Apple an. Mein Kollege, das Technik-Faultier, hat ja in USB-C Adaptern bzw. mit USB-C Adaptern und HDMI immer wieder das Problem gehabt, dass er irgendwie so einen blauen Bildschirm bekommen hat, wenn er an dem HDMI-Port als Zweitmonitor das Ganze betrieben hat. Da ich das in der Regel nicht mache mit meinem MacBook und meinen Mac Pro zu Hause im Einsatz habe am Bildschirm, habe ich jetzt mein MacBook hingestellt, mir meine Synology Disk Station Playlist geöffnet und einfach mal laufen lassen. Schaut euch das am besten an. Ich habe so alle 30 Minuten etwa in 10 Sekunden Video gemacht. Ich blende das gleich mal hier ein und ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendein Problem, dass der HDMI-Anschluss mit dem Zweitmonitor das Ganze nicht geliefert hat. Also, es hat immer das Bild gestimmt, es hat immer der Ton gestimmt und ich habe jetzt das leider nicht nachvollziehen können. Das heißt, leider, ich habe es zum Glück nicht nachvollziehen können. Das heißt für mich, ich hoffe, das war jetzt ausschlaggebend und lange genug, dass das Ganze funktioniert. Weiter, wenn ich dieses Gerät hier, jetzt hole ich mein MacBook einmal hierher, anschließe und wie üblich ein Gerät, nehmen wir mal so ein USB, einstecke, dann sollte es jetzt hier auf dem Schreibtisch normalerweise gemountet werden. Das tut es auch, mein 16 GB USB-Stick. Und irgendwann komme ich in die Verlegenheit, mein MacBook zu laden. Dann schließe ich ja, wenn ich da jetzt dran arbeite, in der Regel so mir nichts, dir nichts, mein Ladegerät an. Das funktioniert. Du hast es gerade gehört und vielleicht auch gesehen hier, es wird geladen und beim Einstecken des Ladegeräts wird das angeschlossene USB-Gerät nicht ausgeworfen. Bei anderen Adaptern hatte ich das Problem, habe ich ja auch erwähnt in den Videos. Hier wird es nicht ausgeworfen. So, jetzt ist mein MacBook meinetwegen voll. Ich ziehe das wieder ab und jetzt wird das USB-3-Gerät einfach ausgeworfen und gleich danach wieder gemountet. Es kommt hier jetzt keine Meldung, weil ich den Nichtstören-Modus anhabe. Allerdings wird es nicht sauber ausgeworfen. Das Problem bzw. dieses Vorgehen haben bisher alle Adapter gehabt bei mir, außer das Original von Apple und die meisten auch, wenn ich den Strom rein habe. Das Gleiche passiert bei dem hier übrigens auch. Also merke, bevor das Ladegerät abgesteckt wird, einmal die Geräte auswerfen. Das soll erst mal zu diesem USB-C Multi-Adapter gewesen sein. Im Vergleich zu dem Original Apple ist natürlich der Preis ausschlaggebend. Ich verlinke das Ganze wie immer in der Videobeschreibung und im begleitenden Artikel, wo ich noch mal viel mehr Informationen geschrieben habe, auf meiner Webseite, ebenfalls in der Videobeschreibung. Schau dir den Adapter einfach mal an. Vielleicht ist es ja eine Alternative zu dem Original von Apple, wenn du bedenkst, beim Abziehen des Ladegeräts einmal ein angeschlossenes Gerät auswerfen. Ebenfalls über einen Monat im Einsatz und im intensiven Test hatte ich diesen Adapter hier. Ich bin ja eigentlich dafür, dass ich zwei oder mehr USB-Anschlüsse daran gerne hätte. Aber alle Adapter in der Vergangenheit hatten da bei mir bisher Probleme. Warum? Und ich vermute mal, es ist eine Ursache. Apple interpretiert den USB-C Power Delivery Standard ja sehr eigen. Sie halten sich da nicht an irgendwelche Konventionen. Auch das Ladegerät mit Spannung und Stromstärke ist ganz eigen interpretiert. Vielleicht liegt es daran, denn ich kann auch hier zwei USB-Geräte und ich betreibe immer eine Seagate-Festplatte 2,5 Zoll und eine Toshiba-Festplatte 2,5 Zoll gleichzeitig nicht betreiben. Da reicht die Spannung, der Strom, was auch immer, nicht aus. Ich habe es auf der Webseite einmal die Messwerte genau geschrieben. Ich habe das nachgemessen. Es funktioniert nicht zuverlässig, leider. Das liegt aber vielleicht gar nicht an dem Adapter, sondern es kommt bei allen Adaptern bei mir vor. Und wenn ich die Festplatten logischerweise an den USB-3-Anschlüssen eines MacBook Air oder meines Mac Pro anschließe, dann klappt das wunderbar. Nun, das soll es nur als Information sein. Dann, auch hier, wenn ich es anschließe, passiert gar nichts. Es funktioniert, wenn ich es abziehe, dann die Geräte bzw. auch die SD-Mikro-SD-Karten auswerfen. Jetzt schauen wir mal eins nach. Ich schließe das Ganze mal an und packe einfach mal eine SD-Karte hier rein. Jetzt sollte die gemounted werden. Das tut sie. Und als nächstes, jetzt stecke ich einfach mal eine Micro-SD dazu. Und die wird nicht gemounted. Das heißt, im Umkehrschluss, du kannst an dieser Stelle in dem Kartenleser, wie es bei Kartenlesern so üblich ist, keine zwei gleichzeitig, sondern immer nur eine. Das nur zur Information. Weiter interessant, und das schauen wir uns gleich mal von oben hier an, die Micro-SD-Karten kommen hier rein und sind nicht ganz plan, aber in dem mit so einer Snap-In-Funktion, in dem Card-Reader, eben eingelassen. Nicht rausziehen, sondern wieder drücken, dann kommt die Micro-SD-Karte hier wieder raus. Ja, das sind zwei USB-C-Multi-Adapter wieder mal im Test hier. Ich habe jetzt schon einige an meinem MacBook getestet. Ich vermute, wie gesagt, dass Apple daran mit dem USB-C-Power-Delivery-Standard etwas gebastelt hat, warum man keine zwei oder mehr USB-3-Geräte laden kann. Laden nicht, sondern betreiben kann. Hast du andere Erfahrungen oder kannst du mir einen Adapter nennen, der das kann? Dann ab in die Videobeschreibung bzw. Katsche in die Kommentare. Ich wäre wirklich sehr dankbar dafür. Was natürlich überzeugt von dem Ganzen ist der Preis. Das ist auch der Grund, warum ich immer auf der Suche nach etwas anderem bin. Ich habe mich natürlich dazu hinreißen lassen, das Original zu kaufen, aber auch da habe ich nur einen USB-3-Anschluss und ich kann bei mir keinen Hub anschließen. Das funktionierte nicht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein zu den USB-C-Multi-Adaptern, die ich hier noch im Test hatte. Ich bin froh, dass das HDMI hier dauerhaft bei mir gut lief, sofern der Test so einigermaßen aufschlussreich war. Ich hoffe, du fandest das Video hilfreich. Als kleines Feedback der Daumen hoch, das wäre wirklich klasse. Vielen Dank, dass du mein Video angeschaut hast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.